Musik Heute sind wir wieder im Aktivsportpark und ich trainiere mit dem Bürgermeister von Mörs, Christoph Fleischhauer, der ist topfit, also von daher muss ich alles geben, um heute mitmachen zu können und dabei zu sein und ich hoffe, dass hier auch in den nächsten Tagen uns treu bleibt und wir ein tolles Ergebnis im Jahr 2017 erzielen können. Bewegen hilft, eine tolle Geschichte, wenn man sich vorstellt, dass ein einziger Mensch so viele andere bewegen kann. Toll! Ich hoffe, es multipliziert sich, denn wenn einer anstößt, dann kommen die anderen dazu, und die stoßen vielleicht wieder neue Menschen an. Ich hoffe und drücke ganz fest in die Daumen, dass Guido Lohmann erstens bei der Stange bleibt, nicht nur in diesem Jahr, sondern natürlich auch in den Folgejahren und dass ganz viele immer mehr mitmachen und vielleicht knacken wir dann Dimensionen der Spenden, die wir uns selbst nicht erträumt haben. Alles Gute, bewegen hilft und danke! Musik Wir befinden uns hier zur Zeit auf 3000 Quadratmeter Fitnessfläche. Wir bieten Kraftausdauer Zirkel, wie wir sehen im Hintergrund, unserem Milan Zirkel an. Wir haben darüber hinaus 70 Purs in der Woche und bieten im allgemeinen Fitnessbereich, im Function Training Bereich sehr viel an. Ja, bewegen hilft, ist für mich eine Herzensangelegenheit, was ich seit vier Jahren mit Herrn Lohmann zusammen betreibe, beziehungsweise durchführe an vielen verschiedenen Aktionen. Wir machen jeden Tag mit sehr vielen Personen aus der Politik, aus dem Sportbereich, egal woher, Sport und Betätigung für einen guten Zweck. Musik 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 Musik